Ich warte schon mein ganzes Leben lang auf was. Auf den Zug. Auf den Kaffee. Ich warte auf das Warten. Im Moment warte ich darauf, dass ich endlich meinen Kaffee trinken kann. Sechs Jahre verschwindet der Mensch mit Warten. Diese Rumänen, die bricht der Beweisführung das Genick. Ja, aber das Opfer hat ihn zweifelsfrei erkannt. Ja, es war auch verdammt mutig von der Frau, die Aussage nicht zurückzuziehen. Sind die Rumänen wieder über die Grenze? Mhm. Aber ihre Aussagen sind schwarz auf weiß verbürgt. Schließlich haben wir beide zusammen das Verhör gestemmt. Da kann man ja schlecht behaupten, die hätten nichts ausgesagt. Ist noch jemand hier außer dir? Machst du so Witze? Wer hängt denn freiwillig um neun Uhr an einem Freitagabend noch in der Dienststelle rum? Vielleicht ein paar frustrierte Singles oder Psychopathen? Kannst du mal bitte die Tür zumachen? Mit mir drinnen oder draußen? Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020